Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. In der Vorlesungsreihe Mathe-Tabmatik beschäftigen wir uns heute mit den Rechnen mit Grundeinheiten. Dabei gehe ich zunächst auf das Rechnen mit Geld und Währung ein, dann auf Rechnen mit Längen, ehe ich zum Rechnen mit Massen und Zeiten komme. Ihr werdet sehen, da steckt immer im Prinzip dasselbe Prinzip dahinter, nur ein paar Faktoren ändern sich und wenn man das prinzipiell verstanden hat, ist es eigentlich gar nicht mehr schwer. Okay, wie versprochen fangen wir an mit Rechnen mit Geld und Währung. Was wohl relativ bekannt ist, ist, dass die deutsche Währung der Euro ist, wer hätte das gedacht. Und auch ein weiterer Fakt, der ganz bekannt sein sollte, ist, alles vor den Kommas sind volle Euro, alles hinter den Kommas sind Cent. So kann man zum Beispiel ausdrücken, 5 Euro und 50 Cent oder auch 0,5 Euro dadurch. Entsprechend 5,50 Euro oder ein Cent ausgedrückt 550 Cent. Wie sieht es da mit der Umrechnung aus? Na, umrechnen erst einmal, was ist das? Das ist im Prinzip die Umwandlung einer Einheit in eine andere Einheit, allerdings nur derselben Art, die eine andere Größe wiedergibt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal eine Million Gramm, das sind 1000 Kilogramm und das ist ein Megagramm. Besser bekannt als Tonne. Das liegt daran, weil Gramm die sogenannte SI-Einheit ist und deswegen ändert sich noch das Vorzeichen, darauf gehen wir aber später nochmal genau ein. Dasselbe ist mit zum Beispiel der Längeinheit Millimeter. Eine Million Millimeter sind so viel wie 1000 Meter und das wiederum ist so viel wie ein Kilometer. Man sieht eindeutig, dass in der ersten Zeile des Beispiels drei verschiedene Einheiten, und zwar Gramm, Kilogramm, Megagramm sind. Die sind zu sehen. Die aber messen im Prinzip alle dieselbe Sache, und zwar in dem Fall die Masse. Das ist der Grund, warum diese durch Faktoren ineinander umgewandelt werden können. Das ist dann das Umrechnen. Was allerdings nicht möglich ist, ist eine Einheit, welche die Masse misst, zum Beispiel, in eine andere Einheit, die etwas anderes misst, um zu wandeln, wie in Zeile 2 die Länge. Das funktioniert nicht. Ich kann keine Masse, in welcher Einheit auch immer, in eine Länge umrechnen, einfach weil es zwei verschiedene Sachen sind. Man hat sich auch noch nie gehört, dass jemand sagt, boah, ich habe seit der letzten Woche ungefähr 4 Meter abgenommen. Okay, kommen wir aber zurück zur Währung eigentlich. Hierbei gilt, um von einem Eurobetrag zu einem Centbetrag zu kommen, muss der Eurowert mit 100 multipliziert werden, einfach weil ein Euro aus 100 Cent besteht. Umgekehrt natürlich, um von einem Centbetrag zu einem Eurobetrag zu kommen, muss der Centwert durch 100 dividiert werden, da 100 Cent ein Euro ergeben. Hier haben wir das nochmal als Beispiel. 5 Euro mal 100 sind 500 Cent. Bildlich dargestellt, wenn ich einen 5 Euro Schein nehme und den in 50 Cent München umtausche, dann kriege ich dafür 10 50 Cent Münzen oder 501 Cent Münzen, welche Währungseinheit man da auch immer nehmen möchte. Umgekehrt natürlich, wenn ich die 500 Cent durch 100 teile, lande ich wieder bei den 5 Euro. Das Rechnen mit Einheiten erfordert, dass alle Einheiten einer Sache wie der Masse gleich sind. Es ist zum Beispiel nicht möglich, Kilogramm und Gramm miteinander zu addieren. Zumindest praktisch gesehen geht es schon, man kann sagen, 1 Kilogramm plus 100 Gramm sind 1,1 Kilogramm. Das liegt allerdings daran, weil wir im Kopf schon gesagt haben, dass 100 Gramm 0,1 Kilogramm entsprechen. Und so haben wir dann stehen, 1 Kilogramm plus 0,1 Kilogramm sind 1,1 Kilogramm. Würden wir wirklich diese Aufgabe jetzt rechnen, ohne umzurechnen, wird die Antwort lauten 1 Kilogramm und 100 Gramm. Okay, nehmen wir mal als Beispiel die Addition von 4,20 Euro und 250 Cent. Die Einheiten sind nicht identisch, auch wenn sie dasselbe messen, und zwar eine Währung. Darum müssen diese zunächst mittels eines Umrechnungsfaktors, bei Euros, das wie wir gesehen haben, die 100, umgerechnet werden. Dazu gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, in dem Fall eindeutig zwei. Erstmal, wir wandeln jetzt einen Euro um. Da passiert folgendes, wir haben die 4,20 Euro, die müssen wir nicht umwandeln, das sind ja schon Euro. Allerdings haben wir dann noch die 250 Cent, die wir dazu addieren, und die müssen wir in Euro umwandeln. Deswegen müssen wir diese erst einmal durch den Umrechnungsfaktor teilen. Es kommt dann raus, 4,20 Euro plus in Klammern 250 Cent durch 100. Die Klammer kann man rechnerisch weglassen, ich habe sie aber gesetzt, einfach nur, damit es deutlicher aussieht. Dann, wenn wir die Klammer auflösen, kommen wir auf 4,20 Euro plus 2,50 Euro. Das sind dieselben Einheiten, damit können wir sie zusammenrechnen. Und wir landen bei 6,70 Euro. Umgekehrt, wir machen es mal einen Cent. Wir haben hier die 4,20 Euro, die wir als Centwert haben möchten. Deswegen müssen wir sie mit dem Umrechnungsfaktor multiplizieren. Einfach weil halt gilt, eine große Einheit mit, oder multipliziert mit einem Faktor, gibt eine kleinere Einheit. Und umgekehrt, wenn man eine kleinere Einheit hat und diese teilt, kommt man, äh, durch den Faktor kommt man auf eine größere Einheit. Und wir addieren zu der Aufgabe dann noch die 250 Cent, die wir natürlich nicht umwandeln müssen. Dann kommt raus, 4,20 Euro mal 100 plus 250 Cent. Das sind 420 Cent plus 250 Cent. Und wir landen bei 670 Cent. Und wir sehen, das muss richtig sein, weil 6,70 Euro ist dasselbe wie 670 Cent. Machen wir dazu am besten mal eine Übung. Die Aufgabe, die ihr lösen sollt, lautet, wie lautet das Ergebnis der folgenden Aufgaben? Wandelt dazu die Währung in gleiche Einheiten um. Ja, ich denke, das geht relativ schnell. Am besten ihr pausiert das Video, notiert euch kurz die Lösung. Ich springe gleich zu dieser und dann schauen wir mal. Okay, kommen wir zur Lösung. A lautete 1 Euro plus 50 Cent. Das sind dann 1 Euro plus 0,5 Euro. Das sind 1,5 Euro. Man hat es natürlich auch in Cent rechnen können. Ich denke, das muss ich jetzt nicht vorführen extra, dass man auch sagen könnte, 100 Cent plus 50 Cent sind 150 Cent. B. 15,40 Euro plus 110 Cent. Das ist dasselbe wie 15,40 Euro plus 1,10 Euro sind 16,50 Euro. C. 7,77 Euro plus 333 Cent. Das ist dasselbe wie 7,77 Euro und 3,33 Euro. Und da landen wir bei 11,10 Euro. D. 1 Euro plus 50 Cent plus 42 Cent. Das ist dasselbe wie 1 Euro plus 0,5 Euro plus 0,42 Euro. Das macht 1,92 Euro. E. 1,18 Euro plus 2,45 Euro plus 147 Cent. Das ist dasselbe wie 1,18 Euro plus 2,45 Euro plus 1,47 Euro. F. 2 Euro plus 1,40 Euro plus 2,70 Euro plus 0,85 Euro. Das sind dann 6,95 Euro. G. 1,11 Euro und 77 Cent und 22 Cent und 90 Cent ist dasselbe wie 1,11 Euro und 0,77 Euro plus 0,22 Euro plus 0,9 Euro. Und da landen wir auf wunderbaren, glatten 3 Euro. Okay, zweitens. Rechnen mit Längen. Ja, es gibt sehr viele Längenangaben, das ist denke ich bekannt. Wie bekannt ist es in Meter, Zentimeter, sprich die ganzen anderen Einheiten, die sie von Meter ableiten. Ein altes Maß bei uns ist auch noch Zoll. Ein englisches wäre Feed. Es gab sogar mal die Einheit Mu. Das war ein extrem veraltetes Längenmaß. Da behandelte es sich im Prinzip um die Entfernung, die das Mu in einer Kuh noch zu hören war, wenn der Wind günstig stand. Das war natürlich ein relativ ungenaues Maß, da wir Menschen alle verschieden hören, da Kühe verschieden laut Mu. Es gab Sachen, die den Schall begünstigten. Er konnte durch den Wind getragen oder vom Wind gedämpft werden. Er konnte durch die Umgebung gedämpft werden. Es konnte sein, dass irgendwie Hindernisse oder Ecken waren. Es war halt extrem ungenau, war vom Wind und Wetter und Geografie abhängig. Und das Maß war immer ungefähr dann 2 bis 3,4 Kilometer. Es ist natürlich jetzt extrem ungenau, wenn jemand dich fragt, wie weit muss ich denn hier noch mit dem Auto fahren, ehe ich denn zu Punkt X komme und du sagst, ja, das sind ungefähr noch 50 Mu. Dann hätte er den Prinzip denken müssen, aha, okay, das sind also ungefähr 100 Kilometer bis so 180, 170 Kilometer. Das ist halt eine extrem hohe, wenn wir es mal so nett ausdrücken, Toleranz gewesen. Deswegen ist das Maß meines Erachtens auch nirgendwo mehr existent. Bei uns in Deutschland ist das gängige Längenmaß Meter, wie ich schon mal sagte, das ist die SI-Einheit. SI-Einheiten sind standardisierte Einheiten, die halt festgelegt sind, so etwas ähnliches wie die DIN-Norm, die halt festlegen, was einheitlich ist, damit man nicht verwirrt ist. Und in manchen Branchen gibt es, wie ich schon vorhin erwähnt habe, noch das Zoll. Das kennt man zum Beispiel bei der Bündenschirmdiagonale oder dem Raddurchmesser. Ein Zoll kann man auch mit 1 hochstrich Strich schreiben. Das entspricht dem englischen Inch zudem auch noch. Als SI-Einheit sind das entweder 2,54 Zentimeter oder aber 0,0254 Meter. Okay, die Kronei-Meter hat das Zeichen M und kommen vier Varianten vor. Dann mittelslateinische Vorsilben werden die größeren und kleineren Einheiten des Meters dargestellt. Das zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht hier eine kleine Tabelle mit Vorsilbe, Kürzel, Bedeutung und dem Umrechnungsfaktor. Das gilt natürlich nicht nur für Meter, das gilt bei eigentlich allen SI-Einheiten. Deshalb sind sie halt standardisiert. Das sind auch dazu standardisierte Vorsilben. Die Vorsilbe Nano wird mit N abgekürzt, bedeutet zu viel Milliardstel. Und der Umrechnungsfaktor ist dann in dem Fall halt durch eine Milliarde. Danach kommen wir zum Mikro. Das ist halt ein Millionstel und teilt durch eine Million. Milli ist das Tausendstel und teilt durch 1000. Centi ist das Hundertstel, durch 100. Deci ist das Zehn, wie mitgeteilt durch 10. Deka ist das Gegenteil von Deci, das ist das Zehnfache, also mal 10. Hekto ist mal 100, das Hundertfache. Kilo ist das Tausendfache, mal 1000. Mega ist das Millionfache, mit mal einer Million. Giga ist das Milliardenfache, mit mal einer Milliarde. Gibt noch einige mehr, gibt noch ganz ganz kleine, ganz ganz große. Ganz ehrlich gesagt, Terra wäre jetzt das nächste, das kennt man vielleicht noch, wegen Terabyte-Festplatten. Aber ich denke, ansonsten braucht man die eigentlich nicht so. Ja, wie sieht das nur aus? Man kann aus der Tabelle lesen, dass, nehmen wir mal den 1 Meter, den könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist die drittletzte Einheit hier. Und wenn wir das ausreden, dass das die SI-Einheit ist, was sie auch ist, man sieht das am Fehlenden der Vorsilbe. Dann können wir mit der Tabelle sofort sagen, wie groß das und welche Einheit ist. Also Meter im Mikrometer, müssen wir mal Millionen rechnen. Das heißt, ein Meter sind eine Million Mikrometer, oder auch 1000 Millimeter, oder 100 Zentimeter, oder 10 Dezimeter. Oder 0,01 Hektometer, oder 0,001 Kilometer. Man sieht hier auch die Faktoren, um vom Mikro zu Milli zu kommen, müssen wir es durch 1000 teilen. Das sieht man eigentlich hier auch oben, von einer Million zu 1000 ist halt der Unterschied tausendstel wiederum. Von Millimeter zu Zentimeter teilen wir durch 10, um auf Dezimeter davon zu kommen, wieder durch 10, um auf Meter zu kommen, wieder durch 10. Wenn wir auf Hektometer wollen, müssen wir durch 100 teilen. Und vom Hektometer auf Kilometer muss man durch 10 teilen. Der ganze Spaß geht auch andersrum. Von Meter auf Mikrometer kann man direkt mal einer Million rechnen. Warum? Naja, im Prinzip haben wir, wenn wir in die Tabelle schauen, ein Mikrometer stellt ein Millionstel Meter dar. Also müssen wir es mal eine Million rechnen. Okay, man könnte das natürlich auch ausdrücken als die einzelnen Schritte. Und zwar, wir gehen auf Dezimeter, das heißt mal 10, gehen von da auf Zentimeter, also dann nochmal mal 10. Das kann man aus der Tabelle jetzt nicht rauslesen, weil das ist schon der fortgeführte Faktor von der SI-Einheit aus. Dann nochmal mal 10, um auf Millimeter zu kommen und dann mal 1000, um von Millimeter auf Mikrometer zu kommen. Sprich, wenn wir uns das unten anschauen, die Zahlen, durch die wir insgesamt geteilt haben, wenn wir die als Produkt nehmen unten, also 1000 mal 10 mal 10 mal 10, dann ist das der abgekürzte Schritt zwischen den Einheiten. Machen wir dazu auch eine Übung. Und zwar, wie laut das Ergebnis der folgenden Aufgaben wandelt dazu die Längen in gleiche Einheiten um. Ja, ihr kennt das jetzt bereits, ihr pausiert das Video, löst die Aufgaben, ich springe zur Lösung und wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. 10 Dezimeter plus 2 Meter ist dasselbe wie 1 Meter plus 2 Meter sind 3 Meter. B. 100 Mikrometer minus 0,05 Millimeter kann man auch ausdrücken als 100 Mikrometer minus 50 Mikrometer und wir landen wieder bei 50 Mikrometer. C. 150 Dekameter plus 2,5 Kilometer ist dasselbe wie 1,5 Kilometer plus 2,5 Kilometer sind 4 Kilometer. D. 50.000 Nanometer plus 20 Mikrometer minus 0,06 Zentimeter ist dasselbe wie 50 Mikrometer plus 20 Mikrometer minus 60 Mikrometer und das ergibt dann 10 Mikrometer. Es ist natürlich bei den Aufgaben unwichtig, welche Vorsilbe ihr habt, sofern der Umrechnungsfaktor beachtet wird. Also, ihr hättet das jetzt alles auch in Nanometern bei der Aufgabe oder in Zentimetern oder meinetwegen sogar in Kilometern umrechnen können. Bei Kilometer hättet ihr dann natürlich 0,0 und ganz viele Mikrometer dann raus. E. 8000 Millimeter minus 4,5 Meter plus 25 Dezimeter ist dasselbe wie 8 Meter minus 4,5 Meter plus 2,5 Meter und das sind 6 Meter. F. 1 Kilometer minus 3 Hektometer minus 10 Meter ist dasselbe wie 1000 Meter minus 300 Meter minus 200 Meter minus 10 Meter und wir landen bei 490 Metern. G. 5.000 Kilometer plus 2 Megameter minus 0,05 Gigameter plus 0,2 Megameter. Ich habe das letzte Mal Megameter umgeformt, weil wenn man erstens, man hat das schon zweimal da, das ist in der Ausgangsformel, das ist relativ gut. Zweitens, wenn man so schaut, Kilometer ist viel größer, Gigameter ist viel kleiner in der Einheit, also hier dargestellt. Deswegen ist die Mitte Megameter. Das ergibt meist dann ein relativ gutes Ergebnis mit nicht zu vielen Kommastellen und auch nicht zu vielen Nullen. Okay, das sind dann auf jeden Fall 5 Megameter plus 2 Megameter minus 5 Megameter plus 0,2 Megameter und wir landen bei 2,2 Megameter. Und damit sind wir auch schon mal im dritten Punkt, wir rechnen mit Massen weiter. Masse, das ist relativ klar, das stellt das Gewicht einer Sache dar. Was das wiederum ist, ist ein bisschen schwerer. Eine Masse wird immer durch die Gravitation des Planeten, auf dem man sich befindet, in unserem Fall der Erde hervorgerufen. Und natürlich abhängig vom Planeten gibt es verschiedene Gravitationen, also Anziehungskräfte. Und deshalb ist die Masse einer Sache, da sie ja von der Gravitationsstärke abhängt, auf der Erde nicht automatisch die Masse derselben Sache auf einem anderen Planeten. Was heißt das? Naja, hat eine Sache auf dem Erdmond, also was wir sprichwörtlich als Mond bezeichnen, die hat da etwa nur ein Sechstel ihrer Erdmasse. Sprich, wenn du hier 60 Kilogramm wiegst, wiegst du auf dem Mond nur 10 Kilogramm. Technisch gesehen hast du dieselbe Körpermasse. Pratsch aber gesehen, durch die fehlende Gravitation kann man sie halt nicht so darstellen. Hier gilt allerdings, wie bei den Längen, dass es auch für Massen die lateinischen Vorsilben gibt und die im Prinzip die Faktoren für die eigentlichen Grundeinheiten darstellen. In Deutschland ist die SI-Einheit, also die Grundeinheit, das Gramm mit Einheitenzeichen g. Im Alltag wird am häufigsten Kilogramm verwendet, da die meisten Dinge des Alltagslebens sich im Kilogrammbereich befinden. Zum Beispiel, weil wir selbst im Kilogrammbereich leben, wir geben uns in der Regel immer ein Kilogramm an. Sprachlich wird oftmals verkürzt das Wort Kilo verwendet, was an sich falsch ist, denn wie ihr gerade gelernt habt, bedeutet das lediglich tausend- oder tausendfach. Das ist eine interessante Sache, weil wenn man wirklich unglaublich korrekt und, naja, wie man so schön sagt, korinthenkackerisch wären, dann wäre ein Kilo Äpfel etwa 1.000 Äpfel. Korrekt wäre es ein Kilogramm Äpfel. Und damit wäre gemeint, dass man Äpfel möchte, bis man das Gewicht von diesen in Höhe eines Kilogramms hat. Das wären dann natürlich ein bisschen weniger als 1.000 Äpfel. Okay, die Umrechnung erfolgt ganz genau wie bei den Längen. Und zwar abhängig von den So-Vorsilben. Dabei muss man bedenken, dass Megagramm im Sprachgebrauch eher als Tonne bezeichnet wird. Haben wir hier mal ein Beispiel. Nehmen wir mal 1.000.000 Mikrogramm, das ist ja wie 1.000 Megagramm, oder 100 Zentigramm, gleich 10 Dezigramm, gleich 1 Gramm, gleich 0,01 Hektogramm, gleich 0,001 Kilogramm. Ihr seht, das ist genau wie bei den Lenkeinheiten, was wir gerade hatten. Nur, also diese Vorsilben, nur alles was Gramm ist, hier, war halt dort die SI-Einheit unserer Länge und zwar das Meter. Deswegen können wir die Pfeile wieder genauso setzen. 1.000.000 Mikrogramm durch 1.000 landen wir bei 1.000 Megagramm, durch 10 sind wir bei 100 Zentigramm, durch 10 sind wir bei 10 Dezigramm, durch 10 sind wir bei 1 Gramm. Oder wenn wir weitermachen, durch 100 sind wir bei 0,01 Hektogramm und das wieder durch 10 sind wir bei 0,001 Kilogramm. Und hier sind wieder alle möglichen Abkürzungen erlaubt, von Gramm zum Beispiel auf Mikrogramm ist es wieder mal 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 müsste jetzt noch da unten mal 100 stehen. Da wären wir nicht bei mal einer Million, sondern mal 100 Millionen. Okay, ich brauche denke ich nicht mehr erklären. Wie gesagt, es ist adäquat, nur die SI-Einheit ist ein anderer. Daher hier wieder ein paar Aufgaben zum Lösen. Allerdings diesmal natürlich mit Massen. Ja, viel Erfolg. Wer es vorher richtig hat, wird es jetzt auf jeden Fall auch richtig haben. Wer es letztens falsch hatte, ist jetzt geübt, hat daraus was gelernt und wird diese besser lösen können. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und springe zur Lösung. Okay, fangen wir natürlich mit A an. 100 Kilogramm plus 0,2 Megakram. Das sind 100 Kilogramm plus 200 Kilogramm. Sind wir bei 300 Kilogramm. B. 1500 Nanogramm minus 1 Mikrogramm sind 1,5 Mikrogramm minus 1 Mikrogramm Das sind 0,5 Mikrogramm. Ach ja, wer das Zeichen für Mikro nicht kennen sollte, das ist ein griechisches Zeichen für klein m. C. 50 Gramm plus 250 Dezigramm ist dasselbe wie 50 Gramm plus 25 Gramm und das macht 75 Gramm. D. E. 3500 Milligramm plus 220 Zentigramm plus 25 Dezigramm ist dasselbe wie 35 Dezigramm plus 22 Dezigramm plus 25 Dezigramm. Das macht dann 82 Dezigramm, wenn ich mich nicht verrechnet habe. E. 0,008 Megakramm minus 2 Kilogramm minus 500 Gramm ist dasselbe, ich nehme, wie ihr gesehen habt, meistens dann die mittlere Einheit, einfach weil es dann von Ergebnissen her immer sehr schön kurz aussieht. Das ist auf jeden Fall dasselbe wie 8 Kilogramm minus 2 Kilogramm minus 0,5 Kilogramm und wir landen bei 5,5 Kilogramm. F. 1000 Gramm minus 5 Hektogramm plus 0,2 Kilogramm minus 5000 Dezigramm ist dasselbe wie 1 Kilogramm minus 0,5 Kilogramm plus 0,2 Kilogramm minus 0,5 Kilogramm und das ist im Prinzip dasselbe wie 0,2 Kilogramm. G. 4000 Nanogramm minus 1,5 Mikrogramm plus 500 Gramm minus 0,0025 Milligramm das ist dasselbe wie 4000 Nanogramm minus 1500 Nanogramm plus 500 Nanogramm minus 2500 Nanogramm und wir landen bei 500 Nanogramm. Und last but not least, rechnen wir Zeiten. Hier gibt es ein paar kleine Unterschiede. Erst einmal, was ist Zeit? Die Zeit wird im Prinzip bestimmt durch die eigene Geschwindigkeit von uns z.B. in Bezug zur Lichtgeschwindigkeit. Das ist sehr kompliziert, sehr ausführlich und geht in die Quantenphysik hinein. Sprich, das passt nicht sehr gut hin und diese Vorlesungsreihe der Mathematik. Finden wir später dann bei Astronomie oder Astrophysik. Mal sehen, was genau ich da wie machen werde. Ich glaube, ich werde es wirklich aber allgemein in die Astronomie mit reinnehmen. Aber das wäre jetzt ein zu weit geführter Exkurs. Das würde mindestens doppelt so viele Folien in Anspruch nehmen, wie ich eigentlich für diese ganze Präsentation hier brauche. Deswegen nehmen wir das einfach als gegeben hin und die gängigen Zeiteinheiten sind Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde, Minute, Sekunde. Ab Sekunde gibt es dann wieder diese Vorsilben mit Milli, Mikro, Kilo usw. obwohl die größeren, Mikro, werden eigentlich nicht verwendet. Weil ja, gibt es theoretisch dann noch größere Einheiten, werden aber in der Regel auch nicht verwendet. Was vielleicht noch verwendet wird als größere Einheit, ist die Dekade. Das ist halt von Deka abgeleitet, wirklich auch wieder von der lateinischen Vorsilbe. Das heißt so viel Deka-Jahre. Also eine Dekade sind in der Regel zehn Jahre. Dann gibt es auch noch als unübliche, vor allem ungenaue Einheiten die Generation. Und je nach Wissenschaftsbereich kann eine Generation verschieden lang sein. In der Biologie gibt es ganz, ganz viele Generationszeiteinheiten. In der menschlichen Generation sagt man uns dann so 20 Jahre. In der Pädagogik, wenn ich mich nicht mehr täusche, uns noch aktuell ist es 25 Jahre. Geschichtlich kann das bis zu 60 Jahre sein. Deswegen, eigentlich ist das im sprachlichen Gebrauch manchmal noch verwendet. Im wissenschaftlichen Gebrauch ist es eine Einheit, die unnötig an sich ist. Zumindest wenn man eine Zeit ausdrücken will, als Einheit ist sie unnötig. Als Sache selbst zu sagen, Generation XYZ ist es sinnvoll, aber halt nicht als Maßeinheit für die Zeit. Okay. Monat ist auch noch so ein Wert, der nicht ganz eindeutig ist. Und das hat gewisse Gründe, weil er halt verschiedene Werte einnehmen kann. Ein Bankmonat, das ist einfach so ein definierter Monat, das sind 30 Tage. Kalendermonate, die auf unserem kagorianischen Kalender basieren, sind, wie ihr wisst, 28 bis 31 Tage. Das hängt halt von dem jeweiligen Monat ab. Deswegen kommen wir halt im Bankjahr, technisch gesehen, 360 Tage, im Kalenderjahr 365, also 5 Tage Differenz. Kalendermonat vom Mondkalender hat 28 Tage, ungefähr, ungefähr muss ich dazu sagen, weil halt eine Mondperiode etwa 28 Tage dauert. Okay. Wie sieht es hier mit Umrechnen aus? Wie gesagt, nicht ganz so einfach. Hier haben wir die Einheiten, die ich vorgestellt habe. Darunter seht ihr die Kürze. Das Einzige, was vielleicht nicht so wirklich bekannt ist, ist das A4 Jahr. Das ist halt wirklich festgelegt worden. Aber okay. Wenn wir Sekunden durch 60 teilen, kommen wir auf Minuten. Teilen wir diese durch 60, kommen wir auf Stunden. Diese durch 24 kommen wir auf Tag. Ein Tag durch 30 kommen wir auf Monat. Wogemerkt, Bankmonate nehme ich als Maßeinheit, weil Mondmonate ist unüblich bei unserem europäischen Raum. Und unsere krägoyanischen Kalendermonate sind halt theoretisch gesehen nicht sehr genau. Sie entsprechen ja im Prinzip 365 Tage durch 12. Und da kommt man halt auf genährt 30, nicht ganz. Okay. Ein Monat geteilt durch, äh, Monate geteilt durch 12, so rum kommen wir auf Jahre. Okay, rückwärts geht es genauso. Halt, zum Beispiel, wenn wir, äh, auf Sekunde kommen wollen, nehmen wir die Minuten mal 60. Von Stunde auf Sekunde wäre es 60 mal 60, also mal 3600. Oder anders ausdrückt, eine Stunde hat 3600 Sekunden. Beim Tag müssen wir die 3600 mal 24 nehmen, wenn wir direkt von Tag auf Sekunde gehen wollen. Dann wären wir bei 86.400. Nehmen wir das nochmal 30, wissen wir, aha, ein Monat hat 2.592.000 Sekunden. Und nehmen wir das nochmal 12, wissen wir, wie viele Sekunden ein Jahr hat. Das sind dann 31.104.000 Sekunden. Also, wenn ihr mal einen Kumpel ärgern wollt, sagt, ja, passt auf, sehen wir im Sekundentakt, das ist 31.104.000. Danach können wir nochmal reden. Okay, machen wir dazu auch eine Übung. Wieder gebe ich euch einige Einheiten vor und ihr müsst halt durch Umrechnen auf die richtige Lösung kommen. Ähm, ich habe hier jetzt hinweis noch hingeschrieben, dass ich hier von diesen Bankmonaten ausgehe. Also ein Monat hat 365 Tage, ich nehme aber trotzdem ein Jahr mit 365 Tagen. Das führt jetzt dazu, dass wir je nachdem, auf was wir rechnen, verschiedene Einheiten raus haben können. Rechne ich zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Aufgabe haben, wo Tage und Jahre vorkommen, wir teilen die Tage halt durch 365, werden wir auf Jahre kommen. Kann natürlich eine Kommanzahl sein, je nachdem, was ich mir gedacht habe. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel bei dieser Aufgabe auf Monate gehe, teile ich ja die Tage durch 360. Das heißt, es können wirklich sehr geringfügige Änderungen vorkommen, weil diesen, weil halt Monate immer noch relativ ungenau ist. Deswegen nicht wundern, bei geringfügigen Abweichungen, das ist kein Problem. Ich wünsche euch viel Erfolg, ich springe zu den Lösungen. Jo, schauen wir mal, ne? Okay. Fangen wir mit A. 2 Tage plus 0,5 Monate. Kann man auch ausdrücken als 2 Tage plus 15 Tage. Da wären wir bei 17 Tagen. B. 9000 Sekunden minus 1,5 Stunden. Ist dasselbe wie 2,5 Stunden minus 1,5 Stunden. Und das sind wir bei einer Stunde. Wer es in Sekunden ausgerechnet hat, sind 3600. C. Ein Jahr minus 48 Stunden. Sind 365 Tage minus 2 Tage. Sind 363 Tage. D. 90 Minuten minus 180 Sekunden plus eine Viertelstunde. Ist dasselbe wie 90 Minuten minus 3 Minuten plus 15 Minuten. Macht 102 Minuten. E. 2,5 Jahre plus 182,5 Tage minus 12 Monate. Das hier wäre die Aufgabe, wenn ihr auf einen Monat umrechnet, auf eine nicht klarte Zahl kämet. Ich habe es nämlich in Jahren gemacht. Und das sind dann 2,5 Jahre plus 0,5 Jahre minus ein Jahr. Sind zwei Jahre. Euer Ergebnis, wenn ihr aus den Monaten gerechnet habt, ist halt ungefähr 24 Monate. Das ist mit einer ganz geringfügigen Abweichung, weil ihr bei den 182,5 Tagen Umwandlung auf eine... naja, unschöne Zahl kommt, sage ich mal. F. F. 5400 Sekunden minus 0,25 Stunden minus 40 Minuten plus 0,1 Tag ist dasselbe wie 90 Minuten minus 15 Minuten minus 40 Minuten plus 144 Minuten und das sind 179 Minuten. g. 14 Monate minus 90 Tage minus 720 Tage plus 43.200 Minuten ist dasselbe wie 14 Monate minus 3 Monate minus 1 Monat minus 1 Monat sind 9 Monate. Ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant gewesen. Ich weiß, für die meisten war das Video mit Sicherheit zu einfach. Das nächste Mathe-Video wird etwas anspruchsvoller, da kommen wir zum Potenzieren und Radizieren. Und selbst Leute, die Mathematik studiert haben, haben da Probleme. Also, wer eine Herausforderung in Mathematik sucht, freue ich euch auf das nächste Video. Ich verabschiede mich, würde mich über eine gute Bewertung freuen, gerne auch über Abonnenten, hilft mir wirklich sehr. Damit komme ich nämlich dann auch ein bisschen besser vorwärts. Ich sage Tschüss, macht euch einen schönen Tag. Tschüss!